Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. Ich hab sie gerade schon mal aufgenommen, zumindest den Anfang. Ich bin nicht reingetappt ins Spiel. Und dann habe ich auf meinem Controller die falschen Tasten gedrückt, dass ich die Basis zu früh verlassen habe. Das darf ich jetzt alles nochmal aufnehmen. Und es ist schon super spät, weil sich mein Tag heute spontan in die Länge gezogen hat, beziehungsweise ich wollte viel früher zu Hause sein und jetzt bin ich erst ganz spät nach Hause gekommen. Und ich muss es aber noch aufnehmen, anders passt das nicht in meinen Zeitplan. Ja. Also werde ich jetzt das nochmal machen, in der Hoffnung, dass ich nicht die ganze Nacht hier sitze, weil ich die falschen Sachen drücke, die falschen Knöpfe drücke. So, ich hatte das Unterstützungsgespräch zwischen Brom und Nephyni. Das machen wir jetzt nochmal. Hallo Nephyni. Hey, hallo Brom. Ich habe gerade mit einem der Typen da gesprochen. Er sagt, du redest nicht viel mit anderen Leuten. Weil ich vom Lande komme. Ich schäme mich immer ein wenig. Warum? Ist dir das peinlich? Was ist daran auszusetzen, wenn man vom Land kommt? Es ist meine Herkunft. Da machen sich alle drüber lustig. Ich bin nicht so gewandt, Brom. Ach, Gewäsch. Und das weißt du. Jeder dieser Gruppe ist sehr nett. Sie würden nie über dich lachen. Sei nicht zu verkrampft. Stell dir einfach vor, du seist in deinem Dorf. Du lächelst immer, wenn wir uns unterhalten. Du hast so ein schönes Lächeln. Eine Schande, dass du es versteckst. Komm schon, versuch zu lächeln. Ähm, also gut. Komm schon, lächle. Lächle. Oh, Brom. Wie peinlich. So vielleicht? Toll. Sehr gut. Hurra. So ein Lächeln wollte ich sehen. Du bist so hübsch, Niffini. Die jungen Burschen werden dir nicht mehr von der Seite weichen. Du wirst schon sehen. Warum suchst du dir nicht einfach einen netten Mann und nimmst ihn mit in dein Dorf? Hör auf, Brom. Du beschämst mich. So, dann hatte ich mit Brom noch das letzte Unterstützungsgespräch, und zwar mit Boyd. Ach, Keuch, Keuch. Puh, hey Boyd. Tut mir leid, dass ich so eine Last bin. Im Moment kann man an deiner langsamen Gangart nichts ändern. Keine Sorge, das wird schon. Meinst du wirklich? Oh, danke, Boyd. Ich bin vielleicht nicht in der besten Verfassung. Aber ich bin zäher als so manch anderer. Als Bauer arbeitet man das ganze Jahr hindurch. Da braucht man Kraft. Das ganze Jahr? Hm? Sag mal, Paps, arbeitest du gerne auf dem Feld? Klar, sicher. Es gibt zwar kleine Probleme, wie ungeziefert Tiere und schlechtes Wetter, aber die Erntezeit belohnt einen für alles. Hm. Stimmt etwas nicht? Oh, ich dachte gerade nach. Als Bauer führt man so ein ganz anderes Leben als Söldner. Wow, eine ganz alte Satzstruktur. Also hört man gar nicht mehr. Aber finde ich cool. Ein Bauer kümmert sich um die Natur und hilft den Menschen beim Überleben. Und Söldner? Wir töten Menschen und zerstören Besitz. Kurz, wir bringen den Tod und nicht das Leben. Oh, spricht doch nicht so schlecht. Ihr kämpft für das Gute und beschützt dadurch Menschen. Hey, verstehe mich nicht falsch. Great Söldner sind meine Familie und ich kämpfe, weil es mir Spaß macht. Aber, weißt du was? Was? Die Pause ist vorbei. Auf geht's, Pups. Wir setzen das Training fort. Was? Warte, das war doch nur... Oh, Moment. Oh, Mist. Oh, ich liebe Beuth einfach. Ähm, da weiß ich noch nicht so... Wir haben auf jeden Fall noch Beuth und I... Ja? Ja. Ike? Bruder, wo ist er hingegangen? Ike? Hey, Ike! Ike! Zum Donnerwetter, wo steckt der Typ nur? Oh, hallo Beuth. Hey, Ija. Ähm, weißt du, wo Ike ist? Nein, ich suche ihn ebenfalls. Hm. Er sah sehr beschäftigt aus. Vielleicht sollte ich mir jemand anders suchen. Du brauchst einen Trainingspartner? Ja, ich bin nicht sonderlich motiviert, wenn ich nicht mit jemandem zusammentrainiere. Darf ich? Darf ich mit dir trainieren? Was? Du? Ernsthaft? Warum solltest du trainieren wollen? Weil ich dir zeigen will, dass du keine Chance gegen mich hast. Ähm, ehrlich gesagt, ich muss mich für den nächsten Kampf verbessern. Sonst überlebe ich ihn nicht. Das ist der Grund. Das ist ein guter Grund. Ja, vielleicht sollten wir gemeinsam trainieren. Wirklich? Immerhin besser als eine Vogelscheiche mit einem Stock zu schlagen. Oh, das war gemein. Du bist gemein, Beuth. Immerhin bin ich Greats. Ja, ja, du bist Greats Tochter. Ich weiß. Und du wirst es mich auch niemals vergessen lassen. Ey, hör zu. Es tut mir leid wegen neulich. Ich war ein wenig zu barsch zu dir. Ist in Ordnung. Du hattest recht. Ich war naiv. Du hattest mir ein wenig die Augen geöffnet. Dafür bin ich dir dankbar, Beuth. Bedank dich nicht auch dafür, noch dafür, dass ich dich beschimpft habe. Oh Mann. Es war genau das Richtige. Du machst mich stärker. Du behandelst mich richtig gut. Hm? Warum wirst du denn jetzt rot? Ruhe. Ich werde nicht rot. Äh, ich muss los. Hier war das Gespräch. Beuth, warte. Wo läufst du hin? Trainieren wir denn nicht zusammen? Da hat die Eier den guten Beuth ein bisschen in Verlegenheit gebracht. So, bei den anderen bin ich, will ich das eigentlich gar nicht so, was gerade möglich ist. Deswegen lassen wir das. Und jetzt drücke ich den richtigen Knopf. So. So. Ähm. Drill. Erfahrung gewähren. Ich möchte. Wo ist er denn? Dem Rise die letzten 20, naja, 19 Erfahrungspunkte geben. Damit, seht ihr gleich. Wir machen es einfach mal. Neue Klasse für den Rise endlich. Das war jetzt ein Bischof. Ja. Ist er. Ja. Nochmal ordentlich Werteboni bekommen. Sehr schön. So. Das war das, was ich auf jeden Fall machen wollte. Dann. Äh. Haben wir noch Fähigkeiten? Haben wir noch irgendwas? Macht ein Abtrag. Halbbarkeit. Fairness. Okay, das ist alles nicht, nicht so, finde ich nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen. Kann ja sein, dass es super nutz, nützlich, nützlich ist. Ähm. Aber ich finde es jetzt so beim Durchlesen nicht so super prickelnd. Ähm. Ausrüstung. Wir wollen. Wo sind die beiden denn? Alja ist da. Ja. Alja, nehm ich mal kurz ein paar Sachen weg. Der Schlaf kommt weg. Hm. Lass mir mal das. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob das geht. Ach, kann sie nicht. Kann sie nicht. Wie kann es nicht? Kann das denn Rise? Dann kann sie ja auch wieder den Schlaf nehmen, ne? Hm. Oder Schweigen. Buch. Oder Rettung. Rettung kann halt auch nützlich sein. Schlaf aber auch. Dann nehmen wir lieber Schlaf. Ach so, warte mal. Sie ist ja eine Valkyre, ne? Gar nicht, äh. Ich habe nämlich den Tipp bekommen. Wir jetzt gucken, ob das stimmt. Ähm. Vorrat. Wir geben mal kurz den hier ab. Und er kann es. Er kann Glanz, also Lichtmagie einsetzen. Das können die Heiler. Ähm. Und das will ich jetzt mal ausprobieren mit Rise. Das heißt, er wird in der nächsten Mission auf jeden Fall mitkommen. Ich glaube, Alja konnte noch ein Schwert tragen. Ich würde es mir gerne mal angucken. Was sie noch machen kann. Ach genau, Schwert. Dann kriegt sie noch ein Schwert in die Hand. Wenn wir was Einfaches noch haben. Dann legen wir doch noch mal Schlaf ab. Und. Gucken mal, ob wir noch ein Schwertchen für sie haben. Nur ein langes Schwert. Wir haben noch ein Kriegerschwert. Uh. Das könnte. Das müssen wir gleich mal gucken, wem wir das geben. Okay. Sollte sie eigentlich tragen können. Ein Leichtschwert haben wir hier nicht mehr noch. Ne. Probieren wir es einfach mit einem Eisenschwert. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ähm. Kann ja sein, dass es doch gar nicht so nützlich ist bei ihr. Und dass sie doch eher Stehe beträgt. So. So. Dann ist Rise fertig. Und die. Wo ist er denn? War hier links? Ja. Ich bin echt gespannt auf die Lichtmagie. Äh. Kriegerschwert wollte ich mir mal angucken. Zwei Angriffe in einem Zug. Ich glaube, dann legen wir mal das Langschwert bei, ähm. Eik ab. Und nehmen das Kriegerschwert. Und die Silberklinge. Teures Schwert. Schwert von großer Kraft. Groß und schwer. Nicht leicht handzuhaben. Handhaben. Äh. Weißt du ja, ob wir lieber die, das Silberschwert oder die Silberklinge nehmen wollen. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Mia hat ja noch, äh, einmal gucken. Schwert Level B, da ist mit Silber sowieso noch nicht zu rechnen. Ich muss gerade die ganze Zeit auf meinen Controller gucken, dass ich die richtigen Tasten drücke. Hier sieht's aber noch gut aus, oder? Es sind auf jeden Fall noch genügend Angriffe. Mh, denke ich mal. Bei Oskar auch. Bei Iliana auch. Dings ist fertig. Schinner nehmen wir nicht mit. Zoffe. Hier sieht's noch gut aus. Hier auch noch. Bei Brom auch. Da könnten wir mal überlegen, ob wir eine neue Stahlachs nehmen. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss, weil ich schon ein bisschen müder bin. Ähm. Dann nehmen wir mal eine frische. Nehmen wir die, äh, die mit den 26. Ist nicht ganz frisch, aber ein bisschen. Bisschen frischer. So. Ähm. Alja hat einen Pfleger, hat nur noch neun. Okay. Okay, dann haben wir alle. Für einen Kampf sollte es ja noch reichen. Jetzt ist die Folge so ultra kurz, ne? Aber ich hab versprochen, dass wir die Ausrüstungsfolgen in einer Folge lassen. So ne kurze Folge will ich eigentlich gar nicht machen. Wir gucken uns schon das Gespräch an. Muss ich in der nächsten Folge das nochmal anmoderieren. Ähm. Ja, weil jetzt gerade nicht so viel zu tun war. Normalerweise hat man ja doch so zwischen 20 und 30 Minuten in der, in der Basis. Wir haben halt bloß diesmal keine Infogespräche. Das sind halt nochmal so fünf Minuten. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einfach doch schon die Silberklinge in die Hand drücken. Komm. Nein. Richtige Taste gedrückt. Oh Gott. Das ist mir eben echt passiert. Und dann, ähm, Vorrat abgeben. Das Silberschwert einmal. Und ich würde die Silberklinge mal ausprobieren. Kann ja sein, dass sie gar nicht so, also dass sie einfach zu schwer ist. und Ike dann gar nicht mehr doppelt. So, dann sichern wir mal. Ja, 14 Minuten ist für so eine Folge echt kurz, ne? Nein, wir machen schon mal weiter. Muss ich in der nächsten Folge ankündigen. So, dann drücken wir mal auf Ende. So, heute ist der glückliche Tag, an dem die Prinzessin zurückkehrt und die Göttin findet es passend, uns Regen zu schenken. Sanfter Regen ist wie ein Kuss, ein zarter Duft, ein zartes Gefühl. Oha. Ein Wiedersehen im Regen wird besonders intensiv empfunden. Sag mal, Juri, was meint ihr, wo die Prinzessin und ihre Eskorte jetzt sind? Warum sind sie noch nicht hier? Hörst du, mein Freund, das habt ihr mich jetzt bereits 58 Mal gefragt und ich habe 57 Mal geantwortet. Aber jetzt, beim 58. Male, sage ich, ihr müsst euch beruhigen. Ich weiß aber, es dauert ja nicht mehr lange. Unsere Prinzessin wird mit Sicherheit heute hier ankommen. Ich verstehe eure Ungeduld. Wirklich, das tue ich. Aber ihr seid der General unserer kleinen Armee und wenn ihr so handelt, werden unsere Männer es euch gleich tun. Da habt ihr recht. Ein wahrer Ritter ist der Inbegriff der Selbstbeherrschung. Atmet tief ein. Atmet ein... Einatmen und ausatmen. Und? Ja. Seht ihr? Fühlt euch nicht gleich viel besser? Hm. Ach, verdammt, das ist nicht gut. Ich gehe dann mal nach den Sachen schauen. Was soll ich nur mit ihm machen? Sie sind da. Ich sehe sie. Was? Wirklich? Das sind... Da sind sie, nicht wahr? Die Armee der Prinzessin. Wow. Äh, wow. Wo? Zeigt mir, wo ihr hinschaut. Joffrey, das ist nicht die Prinzessin. Das sind Truppen aus da ein. Was? Nein, bitte sagt mir, dass ihr zu scherzen beliebt. Hallöchen. Sobald wir den Berg dort hinter uns gelassen haben, sind wir im Gebiet von Delbrae. Graf Juri ist vorausgeeilt. Daher sollten sie wissen, dass wir kommen. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er ja. Ich denke, er konnte es einfach nicht abwarten, euch zu sehen und kommt euch deshalb entgegengeritten. Wie süß. Prinzessin Elincia, Lady Lucia. Juri, ihr habt keinen Grund für solch Eile. Ich komme euch doch sowieso entgegen. Wir wurden angegriffen. Schloss Delbrae ist von feindlichen Truppen umzingelt. Nein, das kann nicht sein. Joffrey spielt den Köder. Ihr müsst auf dieser Straße weiter nach Südwesten gehen. Der Gegner hat uns also gefunden. Dagegen können wir nichts ausrichten. Ich werde euch zu einem anderen Versteck bringen. Was sagt ihr da, Lucia? Wir müssen Joffrey helfen. Juri? Wir haben eben kein Glück, Prinzessin. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen unsere Gefährten im Schloss Delbrae zurücklassen. Nein, das kann nicht sein. Joffrey und die anderen haben doch überlebt. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Prinzessin, bitte versteht doch. Wenn wir etwas tun könnten, ohne euch in Gefahr zu bringen, dann würden wir glücklich unserem Gefährten beistehen. Wir können das nicht tun. Bitte, Lucia, wir müssen zum Schloss. Juri, das dürft ihr nicht zulassen. Joffrey ist ein Ritter im Namen der Ehre unseres Freundes. Prinzessin, müsst ihr fliehen. Nein, nein. Sie haben doch bereits so lange überlebt. Sie leben doch. Nein. General Eyck, wir haben nicht viel Zeit. Während wir uns hier streiten, könnten da ein Speer uns auskunftschaften. Bitte bewegt die Armee Richtung Südwesten. Nein. Entschuldigt? Was sagtet ihr? Wir werden zum Schloss gehen. Wenn es von feindlichen Truppen umlagert ist, werden wir uns den Weg freikämpfen. Und uns mit den anderen Rittern zusammenschließen. Verstanden? Habt ihr nicht zugehört? Ich sagte, wir haben keine andere Chance, als sie zurückzulassen. Sie waren in dem Moment verloren, als der Feind sie entdeckt und umzingelt hat. Sie sind nicht so verloren, dass wir sie nicht daraus holen könnten. Ihr seid der General der Armee von Crimea? retten möchte. Ist das so korrekt, Elincia? Ja. Ich will nicht, dass noch jemand geopfert wird. Daher werden wir ihnen helfen. Wenn ihr so besorgt um die Prinzessin seid, dann lasse ich sie in eure Obfut und ihr sorgt für ihre Sicherheit. Wie laut Ike. Solange die Armee der Prinzessin außer Sicht ist, dürfen wir nicht zulassen, dass der Feind sie ausmacht. Wir müssen alles tun, um sie abzulenken. Ja, Sir. Okay, wir starten da unten und da oben sind Verbündete. Sie kommen in Sichtweite. Kampfformation. Okay, wir machen jetzt noch schnell die Vorbereitung und starten die Mission in der nächsten Folge. So, wie viele dürfen wir mitnehmen? Elf. Brom kommt mit. Rolf kommt mit. Mia kommt mit. Nefine kommt mit. Oskar kommt mit. Ein Highlighter hätte ich schon gerne mit. Ich würde gerne Rice mitnehmen. Stella bleibt mal hier. Ranulch bleibt hier. Rice kommt mit. Und vielleicht Alja noch. Die kann ich ja jetzt vielleicht angreifen. Ich weiß nicht, ob sie so gut ist oder Soffe. Ich will es mal mit Alja probieren. Zur Not kann sie ja auch heilen. Haben wir jetzt drei Leute mit, die heilen können? Das sollte eigentlich auch nicht verkehrt sein. Vielleicht fehlt uns dann Angriffskraft. Ich weiß ja nicht. Ne, ich möchte die Gruppe immer so mitnehmen. Position. Das war rauszoomen. Ich möchte... Also, Alja stellt sich mal dorthin. Nefini stellt sich vielleicht mal eher vorne hin. Brom stellt sich ganz vorne hin. Der kann ja nicht so weit laufen. So, ihr tauscht mal. Mia muss auch ein Stück weiter nach vorne. Ich denke, so sieht es ganz gut aus. Ankunft in 15 Zügen. Okay. Müssten wir uns halt ein bisschen beeilen. Aber ich denke... Kriegen wir schon irgendwie hin. Also, ich denke, ein Teil geht hier vorne rum. Der andere Teil geht hier rum. Hier geht ein größerer Teil rum, weil hier mehr Leute sind. Ich denke, so machen wir das. Ja, Mission starten. Beziehungsweise, ja, wir drücken noch aus starten und dann. Diese Flüchtlinge aus Crimea sind harte Brocken und es sind mehr, als ich erwartet hatte. General Ricard, der Feind rückt von Osten mit Verstärkung an. Wie bitte? Es scheint sich um die Armee der Prinzessin von Crimea zu handeln. Die Armee, die unsere Truppen in da einfachem Feld gefegt und General Petrine an der Brücke von Riven besiegt hat, die marschiert nun auf uns zu? Fantastisch! Immer nur Nachzügler zu jagen, ist auf Dauer langweilig. Stampfen wir dieses Gewürm in den Boden und ahlen uns im Ruhm. General Jeffrey, das ist die Armee von Crimea. Prinzessin Elincias Armee ist auf dem Weg hierher. Diese Narren, was denkt ihr euch nur? Yuri, oh Prinzessin. Doch ist es nicht zu spät. Flieht, bitte. Unser Ziel ist es, die Ritter in der Nähe des Schlosses zu retten. Angriff! So, wie es dann hier ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ist jetzt eine echt kurze Folge, aber es war nicht so viel zu tun im Lager, in der Basis. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao! Ciao!